Was genau ist Gifu Live bzw. Gifu Live TV? Jetzt habe ich versprochen, sorry. Also Gifu Live bzw. TV ist eine App, wo man einsteigen kann an der Online-Plattform und dort findest du verschiedene Unternehmerkurse, Handelsideen, Mitglieder-Chaträume und interaktive Handelscharts und ähnliche Ressourcen, die vor allem für Trader spannend und interessant sind. Die App selbst, dafür brauchst du eine Mitgliedschaft, also ein Abo und man kann sich einfach dann mit den Gifu-Anmeldedaten anmelden und dann ist es sofort freigeschaltet. Es gibt dort auch eine Live, deswegen heißt es Live, Anruffunktion, über die man in Echtzeit Beratung von Gifu-Mentoren, also Leuten, die schon länger im Gifu-Business sind, erhalten kann. Es gibt auch einen Terminkalender, in dem wichtige Live-Veranstaltungen und Kurse angeführt sind. Viele Gifu-Team-Partner sind jetzt in meiner Facebook-Gruppe. Unterhalb findest du den Zugang dazu. Warum? Ich selbst habe im siebten Monat 210.000 Monatsumsatz gemacht, ohne über Produkte zu sprechen, ohne Namensliste, ohne Homepartys und all das, was man sonst im Network-Marketing machen muss. Über 25.000 Leute sind schon dabei und dieses System funktioniert nicht nur für mich, sondern auch für andere. Hier siehst du ein Beispiel, im dritten Monat 25.000 Euro Umsatz damit. Wie gesagt, unterhalb die Informationen auch der Zugang zur Gruppe Rockit.